einen wunderschönen guten tag ähm verzeihung das nicht ähm einen wunderschönen guten tag und sagen wir so einen wunderschönen guten tag hier ist die Dinnerwurst und wir sind bei Let's Play Skorpion disfigured das ist mein aller erstes Let's Play. Also seid nachsichtig, wenn ich noch nicht so wortgewandt und befreit aufrede, ist immer ein bisschen was Neues. Aber ich dachte, wir probieren es doch einfach mal. Vielleicht kommt es ja gut an. Mal schauen, was wir daraus machen. Ich glaube, das Figur soll ein Ego-Shooter aus dem Hause Atari. Aber anscheinend soll es nicht ein so tolles Prachtstück sein wie andere Spiele, die diese Spiele-Schmiede hervorgebracht hat. Wir werden diesem Spiel einen kritischen Blick unterziehen, während wir hier die Credits durchlaufen lassen. Ein kritischer Blick soll uns durch das Spiel begleiten, ob es wirklich so schlecht ist, dass man es quasi hinterhergeschmissen bekommt auf der Gamescom oder für 1,50 Euro. Ja, wir werden sehen. Ich gehe da ohne Vorurteile hinein und hoffe, dass wir ein schönes Spielerlebnis zusammen haben. Dass wir überhaupt Leute zuschauen. Und ja, wir haben halt die ganzen Namen hier. Andreas Hofer, Alexander Weise, Karin Schulz-Vobach. Rekordet, Picardomedia, Berlin. Oh, in Berlin. Wolfgang Walke, Herdichner, Lortz, Vladimir Andropov, Norman Avorobir, Vaskalsgeib und... Kann ich gar nicht mehr vorlesen jetzt. Dr. Dre ist dabei. Oh, Dr. Dre ist, Mr. Criminal und so weiter. Oh, Aruling Jasna. Sollte man sich mal überlegen, was das heißt. So, hier noch ein bisschen. Oh, 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 oh. So, halte ich mal ein Lortz-Checker-Kombiel. Oh, ja, also noch mal alles noch und so. Okay, ja, super. Steuerung, Spiel, Video, gucken haben wir hier Untertitel. Top vorbereitet, natürlich, ich weiß. Ja, Maus im Blut ein, natürlich. Schwierigkeit, nochmal, ja, super. So, dann einfach nochmal. Schwierigkeit, nochmal. Auf geht's. Ladebildschirm all das beliebt bei Game On hoffentlich dauert sich so lang Blutroder Nadesbaden weiß es mal nicht so gut ist Nischkoski so hieß ich wenn ich zur Arbeit gebe Sie finden die in mir, Charceny aber es dauerte nicht lange bis ich anfing die Wahrheit rauszufinden Die Wahrheit an mich, wahre Gläubige und das Gesicht des Bösen Ganz böse Sieht man das Oh Geht's schon los? Das war ja eine sehr umfangreiche Vorgeschichte Wollen wir schauen So sehr direkte Strömung Ich krieg dich selber rein Pass auf dich auf Ja Ich geb mein Bestes Mal gucken hier Springen Hui So Ducken Funktioniert auch Einmal frei Oh was ist das Schießt mal hoch Hinter den Tunneleingang zerstöre das Schloss um die Tür zu öffnen Wollen wir mal hier schauen Buff Buff Zack Ich hab ne Steuerung eigentlich eingeschön Wollen wir mal gucken Ja das ist manchmal Ach Mensch Machen wir ja Ja So Rennen Ja Griechen Hier und springen So Ja Einmal frei So Ja so Ähm so Und Verzeih Das ist einfach angenehmer Schui Die drücke Was Wo Drücke H Um Wo Drücke H Um Tür zu öffnen Wollen Hier H H H K H Ah Zack Hurra Ich würde das nicht bei der alljährlichen Psychoprüfung sagen Aber als ich ins dunkle Herz dieser Röhre schaute Fühlte ich mich wie zu Hause Das klingt ja einfach frei Signal verloren Huch Nacht Was ist das Ja interessant Sollte wohl Nachtsicht sein Naja Steuerung des Kampfanzugs öffnen Sie mit Tab Dort finden Sie einen Umgebungskarte Die Upgrade Steuerung Information Überwaffen Andere Ausrüstung Sowie Das Kommunikationscenter Drücke Leertaste Um fortzufahren Oder Tab Um die Anzugsteuerung zu Mal hier Das ist unser Muskelprotz Im Anzug Was haben wir hier Kommen soll man was machen Da lala Cool Naja Barretter 2020 D Berserker Gannusattacke Regeneration Telekineser Berserker Und Gedankenkontrolle Nachtsicht Energische Zeitentschleuniger Na Einmal frei Was wir jetzt haben Es wird hoffentlich Vicky Oh, ne Miki Ach So wird es glaube ich zu lange Für 100 Da dann Oh, no Keine mal reinschauen Barretter Gold und Diekmotus-Schalter Aber Spezialfähigkeit Und so Feinde Aber noch keine Verschiedenes auch noch nicht Taschenlampe 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 Benutzen Ich kann die Untersteuerung Belegen Mal gucken Diese Top Vorbereitung Ist natürlich Oh, ist ein Traum Ich weiß Na ja Super Ist einfacher Traum Benutzen Taschenlampe Benutzen Machen wir mal auf 4 Und auf F Benutzen Benutzen Ja Benutzen Machen wir auf E Nachsicht Machen wir auf Ja, T geht schon Zeitentschleuniger Ne, Zeitentschleuniger Wollen wir da mal hier Der Gieschild Ja, das passt Das ist doch Einmal weiter Das ist doch Super Und Einmal weiter Geht's So Huch Was war das Kann man hier probieren Ach Na, ist ja super Guck, guck Jemand da Nein Befindet Ach Machen wir keine Angst Hui Boah, sogar Ex-Obitant Geile Physik-Engineer Oh, ist ja ein Traum Nein Nein Nundi ist tot Nundi ist tot Oh, das ist doch fies Das ist ja fies Das ist ja eklig Ach nee, das ist ja I Dann haben wir hier Uh, uh, uh HH G2060 Modell Wurde zu ihrem Arsenal hinzugefügt Das ist ja super Oh, hier Vielleicht Nee, hier nicht, oder? Nein, nee, kann man nicht Ja, ist ja gut Oh, wie hübsch So, gehen wir weiter hier Ah, Gott Geht's etwas Geht's hier hoch? Nee, hier geht's nie runter Nein Ihre Gesundheit ist schwarz Ach Ach, Hilfe Man gemerkt, um Gottes Willen Das ist ja eine komische Steuerung Ja Hui Ach so Seuche Ja, Seuche Das betrifft Das trifft Die Situation Denke ich schon Treffen Nur mal schauen Was uns in den Tiefen erwartet Ob wir weich landen Ob wir weich landen Ah Diese Spannung ist kaum zu ertragen Diese Schicksalsschläge, die wir schon verkraften mussten Ein toter Hund Ach, Gottes Willen Abgeschnitten von der Außenwelt Und ohne Ahnung eigentlich, warum wir jetzt hier sind Ja, sprich mal lauter Ich versteh die so gar nicht Signal wiederhergestellt Oh, super Hui So, oh Ai, ai, ai Stöber Uch Ja, 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 ja Lebst du noch? Ja, super Oh Hui Du kannst ja nicht schaden, dann muss ich so ein Fas zu Mit Merkwürdig anmutender Fläßigkeit zu schießen Das ist ja auch immer super, ungefährlich Du kannst ja nicht geben, ihre Gesundheit Schick mir alle Daten, die du finden kannst Und ich sehe, was ich rausfinde Aha Oh, so Das ist ja auch immer super, ich liebe Und ich sehe, was ich sprich Vielen Dank.